Wir gehen zwei Header hier beim Schlangenfänger. Ich wollte noch Header beleid. Dann bin ich mal auf Flangenjagd. Todesreda haben wir da scheinbar dran. Oh. Ich bin noch zwei Todesreda. Zwei unterwegs. Drei Todesreda. Ich folge den bis ich bei euch bin und dann greife ich mit ein. Jo. Natürlich haben die einen besseren Leg als ich. Kommt ein bisschen später. Einen Healer hat's erwischt. Kuja ist noch... Ne ist er nicht. Kuja lebt noch. Aber wir haben die Flagge verloren. Einen. Uh huh. Oh nice. Jemand hat sofort ihre Flagge wieder genommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ich habe den Flaggenträger gefunden. Ja, ich beschütze unsere Flanker. Ja, ich muss hier nur mindestens ein DBS noch machen. Okay. 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 Nein, unser Flaggenträger. Nein. 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 Okay. 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 What the fuck? Jetzt lag ich in der Mitte. Ich bin tot. Nach 8 Minuten. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot in der Flange. Ich bin tot. Ich komme heute da mir aus. ein des 1 of auch So. Hm. Bist du leise? Nein. So. Wie kann das denn sein? Ich hab nichts verändert. Ja, vielleicht hab ich was gerne. Nein. Schicksal. Wir strony ein Eingrüm. Ja. 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 Einschneid. Ja. 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 Mann, wieviel Todes, ey, ist schon der dritte? Ja, der macht 300k Damage für der zweite Platz 118, 191, boah, dritter Todes, und vierter Todes, ey, ne? Oh, nice, ich kann flanken, ha, ha, level up! Ich hab Todesreger geniugt! Hahaha, ganz alleine, ganz alleine. Ich hätte das gehört. Aber ich bin Holy Parler. Ich war auch Holy Parler, Schogarding, Schogarding. Ja, damals gab's den Schogarding noch. Eigentlich nicht. Boah, jetzt fliegen schon hier Raketen auf mich da. Ich weiß nicht mehr, an wem Spieler ist. Ich weiß nicht mehr, an wem Spieler ist. Ich weiß nicht mehr. Das stimmt wirklich. Ich weiß nicht mehr, was du zu essen herkriegst. Ich weiß nicht mehr, was du zu essen herkriegst. Ich weiß nicht mehr, was du zu essen herkriegst. Fields Oh mein Gott Ich war nur in den Verstärkungen mit dem Flyraum Und nicht mehr so weit. Tot. Wie schon tot. So, was haben wir denn Neues? Ja. Akatras. Öffnung des dunklen Portals. Terrasse der Magister. Noch keine Ritsch gegen ihn. Ähm, doch. Oh, gut. Wo denn? Oben? Oh. Oh. Erinnert sich noch an diese Klangmission mit dem Zug. Das war ein episches Ding. Ist der Zug nicht den Schluss gequasht? Ach, da ist ja einiges gequält. Das waren nicht meine Schuld. Meine Gleise waren super völlig. Jetzt hätte ich schon Lust drauf, äh... ...nach zwei Inis oder so. Was meinst du denn? Hm, glaub ich musst du mal runterladen. Ja, das ist ja nicht Spaß. War das nicht super kompliziert, das hinzukriegen? Wenn nicht, bin ich auch dabei. Ne, ich wüsste nicht, dass es kompliziert war. Ich meine, es hätte sofort geklappt. Okay, cool. Okay, cool. Doppelkrim und Todes, oder? Nein. Ja, können wir machen. Fangen wir ruhig auch wieder bei der ersten Mission an, oder? Ja. Play-thruh? F-thruh? Ja. Weißt du, die gehen mir grad so... ...Faradry drüben, ne? Die haben ja einen hohen Initialschaden, sag ich mal. Obwohl sie combo points aufmachen müssen. Dann könnte man ja meinen, dass vielleicht dann... ...nach die Survivability ein bisschen... ...unter... ...unter sein ist, oder? Aber dann gehen die eigentlich einfach... ...einfach Bärenform. Hallo? Wo? Ja. Waaah! Und jetzt haben wir die Linge... ...bauen, eh? Werdvoll ist der Spieler, weil der Pal hat ihn irgendwie rausgezogen. Eigentlich echt völlig die guten Ehre-Werte, die man hier... ...beziehen. Ja. Ich will mal bedenken, was ein Tag kostet. Und das ist 12, 13 Bärgen. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, oder ist das nicht viel? Das ist nicht viel, würd ich sagen. Meiner Meinung nach ist das nicht viel. Meiner Meinung nach... ...ist viel dafür, dass man noch Erfahrung braucht. Achso, ich meine, es ist nicht viel, dass man nur 12... ...Inis braucht. Achso. Zwölf Inis sind nicht viel für einen Tag. Ich dachte, das geht mit dem... ...miese Peter jetzt. Ich hab wieder die Freundschaft im Limit. Ich muss auf Filette gehen. Ja, auch das noch. Ja. Ja.